Vielen Dank, wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Zum Schluss möchten wir ein Stück von Forkel Seubürsson singen. Der Text ist der älteste Psalm aus Island, wurde um 1208 geschrieben. Der Stück hæst Heyr himnasmiður. Heyr himnasmiður, hvers kall við byggu? Komm in jötil minn, iskönnig fyrir. Thví heiter av því, þú hefur skaptan mín. Þeir erfræð in því, þú hefur skaptan mín. Þeir erfræð in því, þú hefur skaptan mín. Þeir erfræð in því, þú hefur skaptan mín. Ritt og rörða krammur, Ritt lindu og krammur. Ritt lindu og krammur. Ritt lindu og krammur. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.